Ja hallo meine Damen und Herren, heute ist Donnerstag, das bedeutet morgen gibt es den neuen Aktionär im Zeitschriftenladen zu kaufen. Es ist Ausgabe 22, die wir ja gestern fertig gemacht haben. Ganz in grün, passt zum Frühling, zum beginnenden Sommer. Passt aber auch zur TSI und zwar ist das Kaufsignal jetzt endlich da. Die TSI Ampel ist auf grün gesprungen. Wir haben ja hier die Subpets schon. Mit 15.000 Euro wären sie zum Millionär geworden. Also wir haben verschiedene Sachen über TSI im Heft in der Titelstorie. Dazu gleich mehr. Schauen wir uns noch die anderen Themen an. Wir haben eine Story über Abfindungsspekulationen. Wir haben einen Hotstock, eine Fintech-Perle, die 40% Chance bietet. Top-Tipp Barrick Gold. Dann haben wir einen Artikel über den Biotech-Boom in China. Bitcoin darf natürlich auch nicht fehlen. Immer noch ein heißes Eisen. Bitcoin. Dann einen Artikel über Tesla. Tesla nicht kaufen. Dem E-Auto-Pionier geht das Geld aus. Also hier hoch provokativ. Dann ein Top-Nebenwert, der nicht zu bremsen ist. Und den Chart der Woche hier. EasyJet mit Kaufsignal. Schauen wir aber auf die Titelstory. Und hier sehen wir schon. Wieder grün TSI. Kaufsignal ist da. TSI schlägt den DAX. Hier hat der Kollege Bergmann die Tabelle seit 1995 dann aufgelistet, wie sich die TSI 2.0-Strategie entwickelt hat. Und der DAX, also hier phänomenal wirklich die TSI 2.0-Strategie. Die Ampel auf grün. Und hier kommen dann die Basics dann dazu. Welche Branchen bei TSE im Moment ganz stark sind und welche Aktien sie dann kaufen können, das lesen Sie dann auf den folgenden Seiten. Die sind hier nicht zu sehen. Da müssten Sie dann das Heft verkaufen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen. Uns hat es wieder sehr viel Spaß gemacht beim Schreiben. Machen Sie es gut.